Ich sehe den Holzboden. Ich glaube ich bin bei Julian im Haus. Bist du bei Julian im Haus? Ja, ich glaube es. Nein, stopp! Ich bin auf meiner Brücke. Okay, warte schnell. Lol. Das ist aber mein zweiter Account. Mein Account? Für meinen Geschirr, ich weiß was der andere nicht verbunden hat. Ach. Also, Schoel, warte schnell. Jetzt gehst du in die Richtung, wo ich die haue. Laufst... Laufst... Laufst einfach weiter, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Okay, jetzt warte ich, hopp, ich warte. Was? Jetzt dreist du dich um 180 Grad. Mhm. Ja, dann läufst du nachher gerade raus und machst den Kopf hoch. Warte noch. Äh... 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 Okay... Also... Zuerst... ... 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 Du läufst gerade raus, so mit dem Kopf runter. Einfach so gerade laufen? Ja. Alter, so mit mir, Alter. Hätte ich das jetzt noch 10 Minuten wieder gemacht, wäre mir schlecht geworden. Halt! Jetzt wirst du schauen. Alter! Jetzt wirklich! Wie geil! Halt! Halt! Du hast noch ein Schild. Das Zuckerrohr befällt einer einsamen Insel. Es ist noch nicht fertig. Nicht gehen. Okay. Was macht man, wenn man ein Haus sieht? Reingehen. Oder? Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Deine Bierkatschus, Nico, Roni und Julien. Als Obf, Alter! Was ist denn weinendes Fleisch? Schau mal genau an, wie wir die Kisten sortiert haben. Die Kisten. 22! Alter, wie geil! Hä, wann habt ihr das gemacht? Wir sind vorher noch 2 Stunden am Zocken gesehen, Nico und ich. Wo siehst du weinendes Fleisch? Alles Gute. Haben uns auf offline gestellt. Was steht da? Alter! Und das ist noch etwas drin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hä? Was ist in der Kisten Obst oder? Nein, nicht in der Kisten. Also ein Eisbär! Ja! Wie geil, Alter! Alter! Ja, aber hä? Dass ihr einfach aus 22 Uhr dringemacht habt mit dem Eisenblöck. Ey, vielen Dank, Alter. Und dann steht da die Express. Okay, das ist schon geil. Die Idee ist verdammt geil, Alter. Vor allem will ich ja sowieso... Jetzt weiss ja warum Julien nicht... Du! Weisst, warum ich das weiss? Allein weil du mit denen und dem Dach das Ding gebaut hast. Äh, das Schienendach. Ich schlafe. Ich schlafe gerade auf der Brücke oben. Alter, das ist schon eine witzige Idee. Aber die Kisten haben wir zusammen gemacht, in dem Fall? Nein, die Kisten hat den Nico sortiert. Ah, okay. Ah, wie geil, Alter. Aber wer wissen willst du die XP finden, die noch nicht fährt? Die Kiste bleibt aber genauso auch mit dem Schildo, Alter. Für die Eisbär braucht er noch einen Ehrenplatz. Das Problem ist, ich habe Schiss. Wenn ich da jetzt... Sagen wir mal... Ich will das Harry Potter-Hahn noch hierher tun, ne? Der geht auf Nummer 5 anscheinend. Ah, okay. Der geht anscheinend nicht auf das Harry Potter-Hahn los. Ich glaube es nicht. Alter, es wäre schon eine geile Idee, wenn ich die zusammen in einen Raum oder so mache. Alter, wie geil. Aber das Haus sieht auch verdammt geil aus. Es sieht verdammt geil aus. Aber auch einfach, dass es in dieser Insel etwas geworden ist, ist schon verdammt geil. Ey, danke schön. Wirklich danke. Es sieht echt verdammt geil aus. Und die Melonen sind gewachsen. Ah, wie geil. Jetzt muss ich noch etwas schauen. Ich weiss ganz genau, was du schauen kannst. Und ich werde dich entdeutschen. Und deine Brot haben wir ein wenig... Oder habe ich ein wenig angepasst. Aber jetzt nur ein wenig. Also ehrlich gesagt... Ah, du hast hier Dings gebaut. Du hast hier die Treppe eingebaut. Ja, du schaust von der Seite. Ah ja, du hast noch Stützen drin gemacht. Oder eine zumindest. Wie lange sind ihr jetzt vorher und die Zocken gewesen? Wir sind eben zweieinhalb Stunden am Zocken gewesen. Ah, und da habt ihr keinen Livestream gemacht? Nein, wir haben alles geheime gehalten. Okay. Weil ihr ganz genau gewusst habt, dass ich das hochladen werde, stimmt's? Ja. Ich habe so etwas vergewissert. Aber wie geil. Alter, was passiert hier neben mir? Das ist XP-Farm. Ah, nie wie. Was? Nein, das ist Nico. Ah, Nico. Aber warum hier? Weiss auch nicht. Ich habe ihm geholt schon dabei. Mann, aber warum hier? Warum ist mein Gesicht weg? Ich habe auch bei Kurztin gesehen. Warum ist mein Gesicht weg? Ah, das ist schon geil. Ja, also komm, Shobi, du kannst das denken, warum. Wir müssen gerade ein neues bauen. Ja, das ist so. Nein, Shobi, wir haben es nicht einfach weggebaut, damit es wieder einbauen kann. Aber es... Es ist ein kleiner... Es ist halt nicht viel, aber... Es reicht, Alter. Ich habe ein Lachen im Gesicht, darum es reicht. Es ist verdammt geil, Alter. Vor allem einfach... Auch die Kreativität. Vor allem, weil sowieso noch ein Haus wäre da hin gekommen. Zum Ersten. Zum Zweiten. Einfach auch ein Eisbär, welches einfach sehr selten ist. Der Boden. Der Boden. Der Boden. Ist das Schnee? Ja. Ah, okay. Und einfach das auch mit dem geilen 22, Alter. Das ist schon geil. Er hat mich extra noch gefragt, wie alt er wird. Ich habe gesagt, 22. Wow, also das... Wow. Ja, er ist sich nicht sicher gewesen. Okay. Ah, das ist schon verdammt geil, Alter. Das bleibt auch genau so. Ich glaube, ich werde da auch nichts rausnehmen. Keine Scheisse. Das lohnt einfach so. Wir haben uns schon gefragt, was macht er echt mit dem Haus? Reisst es ab? Lass es ein? Haben wir uns schon gefragt. Alter, es bleibt 21 genau so, wie es jetzt ist. Auch mit dieser Kiste da drin. Das einzige, was ich dann mache, sind noch meine Kiste und das ganze Zeug da rein. Ah, ja. Und ich... Das Haus ist zu 90% aus deinem Material gebaut. Geil. Also, die Baumstämme nicht, aber der Stein... Der Stein ist von dir. Ah, okay, geil. Nein, aber Alter, die Kiste, die bleibt einfach genau so, Alter. Die bleibt jetzt im Raum. Wahrscheinlich, wenn das okay ist, baue ich noch einen zweiten Stock rein. Ja. Das sind dann... Du kannst machen mit dem Haus, was du willst. Das ist eigentlich nur als... ...kleiner Stall für einen... ...Eisbär... ...denkt gewesen. Achso. Das ist geil, Alter. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Ich weiss auch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber... Das hat... ...zweilagige... ...Wand. Sag ich jetzt mal. Hä, schon? Ja, was heißt... Also, was heißt zweilagige Wand, ausser halt noch so ein Zaun. Ja. Und das ist da überall drum herum. Ja, das habe ich... Das ist mir voll aufgefallen. Das sieht... Das sieht verdammt geil aus. Vor allem auch mit dem schwarzen Fench und so... Alter, wie lange habt ihr für dieses Haus gebraucht? Ja, eineinhalb Stunden dran gewesen. Alter. Jetzt muss ich dann nur noch schauen, dass Harry Potter... Ja, auch unsere Betten, die wir aufgestellt haben. Die Nächte, die vorbeigegangen sind. Aber wirklich geil, Alter. Wir haben den Bauer gesehen und der Niko hat mir nichts... Aber wir haben es nicht abgespeichert, wie ihr es gebaut habt oder so, oder? Nein. Ah, schade. Wir wissen, dass ihr das auch... Weisst, könnt ihr auf eurem Kanal hochladen. Oder Niko. Auf seinem. Ja, ich bin halt am Bauer gewesen. Er hat das nicht gebaut. Okay. Weil das wäre halt auch verdammt geil gewesen, weisst du? Wenn es noch so ein Video davon würde geben, wie ihr das gebaut habt. Keine Scheisse, das hätte ich von Anfang bis zum Ende angeschaut. Ja, das wäre ein zweistündiges Stream gewesen. Ja, die Chance wäre halt hoch gewesen, dass ich kurz oder so dreigelögt habe. Ja, das ist das Problem. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber es wäre halt cool gewesen. Weisst du, wenn es so ein Video gegeben hätte? Oder zumindest ein Teil davon. Ja, das wäre halt ein langes Video gewesen. Es wäre halt ein langes Video gewesen. Ja, ja. Es wäre super geil. Es kommt dann auf meinen Kanal. Es reicht, Alter. Es ist super geil. Es breitet mir ein Lachen ins Gesicht und das ist das Wichtigste. Es ist super geil, Alter. Ja. Vor allem musst du mal anschauen, wie lange ich jetzt wieder Minecraft spiele und Niko hat zu mir gesagt, du musst bauen. Ja, du, wie gesagt, Alter, wenn es um Kreativität geht, bist du der, der am meisten kreatives Zeug im Kopf hat. Alter, ich sage nochmal, äh, ich bin jetzt gerade blöd. Jetzt wollte ich einen Movie-Park sagen. Ja, danke, ich wollte einen Movie-Park sagen. Aber, Alter, genauso wie im Planet Coast, Alter. Junge, keiner von uns hat jemals die Chance, so krass zu bauen. Ich sage mal, Niko baut ja schon recht gut. Aber, Alter, du spielst noch nicht lange Minecraft, Alter, und ich könnte bis heute nicht so eine Scheisshütte anpflanzen. Ich spiele das Scheisspiel seit neun Jahren. Alter, aber das ist echt geil. Freut mich. Es ist echt verdammt geil. Dankeschön. Wir haben so viel ausprobiert an diesem Haus. Ja. Ja. Es ist echt verdammt geil. Also, wenn ich das speichere, wird das hochgeladen, kommt das morgen auf meinem Kanal. Also, morgen. Wenn ich halt, äh, wieder wach bin wahrscheinlich. Ich bin chill. Untertitelung des ZDF, 2020